Nun bin ich also bei Karatek. Hier im Hintergrund sehen wir Ausstellungsgeräte, die normalerweise dann an der Messe zu sehen sind. Und hier bei Karatek, da gibt es ein Lieblingsbüro. Da gehen wir jetzt rein. So, also hier ist mein Lieblingsbüro bei Karatek. Drei Girls am Arbeiten. Letztes Mal waren es noch zwei. Es hat Zuwachs gegeben. Wer ist denn das neu? Hallo, ich bin die Saskia. Und für was bist du zuständig? Ich vertrete dann die Sabrina. Die Sabrina verlässt Karatek aus Gründen, die ganz normal sind. Warum? Die sind schön. Ich werde Mami. Ja, dann interessieren einen Autoradios wieder weniger. Genau. Erstmal. Und dann haben wir hier noch die Anja. Anika. Entschuldigung. Ein Thema. Wie geht's? Alles gut. Ich bin ja hier aufgeboten worden, weil man bei mir ein neue Autoradio einbaut. Und gleichzeitig wollt ihr was mit mir machen? Anstellen? Richtig. Ein Interview für unser neues Magazin. Das kommt ja wieder zur Karavansalon. Und da haben wir gedacht, könnten wir doch mal ein Interview mit dir machen. Das ist aber flott. Was ist der Schwerpunkt da? Das werden wir dann später sehen. Das heißt, alles noch geheim? Genau. Ich sehe hier schon am Bildschirm, da sehe ich schon schöne Bilder. Vorher war irgendwas vom Elsass. Könnte es sein, dass das Elsass vorkommt im neuen Magazin? Ja, genau. Es wird ein kleiner Teil sein des Elsass. Wir stellen noch diverse andere schöne Städte in der Pfalz vor. Und weil das Elsass gerade angrenzend ist, kommt es auch noch mit dazu. Gut, dann freuen wir uns auf die Messe. Dort sehen wir dann dieses schöne Magazin von diesen drei Girls. Girls.